Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Black Ops 2, diesmal die dritte Challenge, und zwar die allseits bekannte aus dem 1-Stunden-Special, die mit den Messern. Die mit den Messern? Oh shit, da krieg ich direkt auf die Fresse. Ja, siehste. Also, Leute, wenn ich jetzt wetten würde, dass ich jetzt gewinnen würde, hab ich verloren. Wenn der Koenig der Welt ist, weil ich so schlecht bin, ja. Wenn der Koenig. Junge, erschreck mich nicht so. Ey, wo battelt ihr euch denn? Ich will da auch hin. Erlaubt ist natürlich, wie immer, kein Messern. Das ist eigentlich so Standard bei uns. Wisst ihr, Leute, warum mach ich eigentlich da noch mit? Ich verliere eh. Und ich bin so schlecht bei diesem Messerscheiß. Ohne Witz, ey, alter. Achso, ich hab ja noch die Tomahawks. Die hat der total vergesst. Nein, ich hasse ihn. Das ist der einzige Modus, bei dem wir Ladles benutzen dürfen. Beziehungsweise Granaten. Stimmt. Aber ich glaube, wir machen nochmal, äh, noch einen neuen Modus werden wir hinzufügen. Und da werden wir nur mit Claymos gegeneinander kämpfen. Nein. Doch, nur mit Claymos. Direkt immer vor die Füße werfen. Nein, das ist totaler Bullshit und ich bin zweiter, Leute. Ich bin zweiter, das ist zum ersten Mal, dass ich zweiter bin bei diesem Scheißmesser. Ja, ich werde die ganze Zeit von der scheiß Tomahawkscheiße weggeholt. Ja. Läuft. Ja, ich werde der Körner. Mein Tomahawk hängt bei deinem, äh, bei deinem Fuß da fest. Der Fuß hängt runter. Ey, geil, alter. Ich werde meine Leiche sehen, bitte. Ich glaube, ich bin, ich bin total toll und so. Ich will da nochmal hoch, also bitte nicht nochmal runterschießen, ja? Ja. Dann das... Nein, ich werde dich nicht töten. Ich liebe dich, ich liebe dich, ja. Ich hab noch gesehen, wie Burak da runtergesprungen ist. Boah, da weiß Burak. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wird Sven sterben. Nö. Das will er nicht. Nö, 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 nö. Das ist so unnötig, Mann. Mein Fadenkreuz ist auf dir drauf, du rennst sogar in meine Richtung und mein Tomahawk kratzt dich nicht mal. Ich war die ganze Zeit beim Crouchen. Also Leute. Was ich bemerkt habe, wenn ich crouche, trefft ihr mich irgendwie nicht. Komischerweise bin ich gut. Nee, das mache ich jetzt einfach nicht mehr mit, Mann. No, I'm really pissed off. Also meine KD ist jetzt 5 zu 5. Ich würde jetzt mal schätzen, dass es am Ende irgendwas mit... 6 zu 23 ist oder sowas. Habt ihr das gesehen? Voll, voll Le Parcours, Sven. Le Parcours, Sven? Hast du das auf Video, Junge? Le Parcours, ja. Ja, das hat total geil, ja. Ich war die Sprengspanner. Vor dem Herrn. Wie geht's hier? Vor dem Herrn. Das ist, das ist echt krank. Das ist sowas von krank, Mann. Also Leute. Es besteht quasi nicht die Möglichkeit, dass ich dich verziehen kann. Nein, ich treffe dich einfach nicht. Also, also, irgendwie... Wisst ihr? Boah, Alter, wie... Alter. Also ich überschätze... Überschätze einfach... Äh, ich unterschätze meine Fähigkeiten. Anscheinend. Okay, doch nicht. Oh, fuck you, Burak. Weißt du, immer wenn ich denke... Ich will mich grad umdrehen, sterb ich, Mann. Das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Ich hab das Schild im Hintern, Mann. Nö, ich hab die Hände... Im Hintern? Ich hab mir die Füße geworfen. LOL. Meine Leichen liegen überall. Hört mal so... Hört mal auf, so auf, euer scheiß Tomahawk zu werfen. Der Tomahawk ist aber das Geilste. Ja, toll, weil ich ohne Messer einfach direkt Tomahawk in die Fresse. Ja, das ist das Einzige, womit ich werfen kann. Bei den Messern treff ich irgendwie nie. Wir können ja dann auch direkt... Geil. Upsa. Ja, wer wollte mich grad abschießen? Hab ich da... Ja, ja, nee, versteck dich nicht, ne? Versteck dich nicht. Nee. Nee. Huah, da ist er! Da ist er! Boom. Siehst du? WTF? Wie, wie, wie hast denn du das geschafft? Ach, da waren zwei Leute. Äh, WTF, wo bist du, Alter? Ach, da. Boom. Ohne Tomahawk, ohne Tomahawk. Wenn's euch gefällt, ne? Daumen runter. Ne? Also... Nein, ich bin die Sprengspinne. Oh, ich dachte, du hast Spinnen. Also ich hab ne Phobie gegen Spinnen, falls du das wissen wollt. Ich auch, aber deswegen, ich mache meinen Feinden Angst. Aber komischerweise hab ich's geschafft, in ne Tropfsteinhülle zu klettern. Warum eine Fledermaus, Sir? Weil sie mir Angst machen. Wisst ihr, in ne Tropfsteinhülle, wo's so verfickt... Ja, lol. Wurr so verfickt wie der Spinnen war. Ey, ich leg mir, glaub ich, mal ne Wand an, die ich zerstören darf. Bin, ich bin, ne, ich bin Man-Spider. Bam. 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 Oh, fuck. Also... 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 Wenn ihr wollt, dass ich mal die Einleitung mal hier... Nein, du machst niemals die auf Einleitung. Warum? Weil ich der Einleiter bin. Oh, in der Luft. Okay, Kevin hat mehr Skill, als ich gedacht habe. Jetzt muss ich Nico den Feuerlöchern befreien. Alter, in der Luft, Leute. Also... Sack mal, du. Ich glaub, ich werd hier... Ich werd hier gleich so richtig geflankt in den Kommentaren. Kevin, du bist scheiße, dass Sven ist voll beliebt. Ja, ich... Ich lieb den Sven voll, ne? Und ich mag dich voll nicht. Weil immer so... Das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz, mehr nicht. Du kannst doch... Warum... Wurrock, nee. Weil ich seh immer... Ich seh immer nur Sven. Ach, da ist er. Bam, Alter. Vielleicht treff ich ihn. Vielleicht treff ich ihn. Ah, nein. Nein. Ah, ich musste nachladen. Toilate. Ach, Gott, Alter. Weste. Also immer... Also Leute, immer wenn ich Weste sag, müsst ihr einen kurzen trinken, okay? Alter. Weißt du was? Also falls ihr, falls ihr nicht minderjährig seid, also falls ihr nicht minderjährig seid, natürlich. Nein, trinkt nicht Alkohol ist gay. Weste, 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 weste. Ne, was. Äh, na gut, dann, 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 ähm, was... Das ist doch eklig, Alter, die Kauber hakt, Mama. Dann, trinkt, ne Flasche, äh, Booster aus, oder sowas. Ja, dann wären sie jetzt schon an den Herzkollaps, oder sowas, gestorben. Ach, nee. Oh, dann hätten wir aber ein paar Abonnenten weniger. Das wär nicht so gut. Nö, ihre Accounts bestehen ja noch. Weil wir sind voll abografen. Aber das, die wären inaktiv. Ist dir klar, ne? Ja, dann wären die gelöscht von YouTube. Ja. Aber erst nach einem Jahr. Ja, gell, die wären gelöscht. Ja. Das find ich aber, waaah. Dass man immer nur einen Tomahawk von dem Typen bekommen, ey. Oh, ohne Sprache. Wenn du einen mit Tomahawk killst, dann müsst ihr seinen Tomahawk nochmal ein. Ja, Alter. Alter, Junge. Ja, siehste. Mein Fadenkoll war direkt auf dir. Es wurde rot und ich hab gedrückt, aber es ist einfach daneben. Oh, shit. Alter, ich bin erster? In einem Meta-Kampf? Wollt ihr mich trollen? Ich bin letzter? Oh, doch nicht. Oh, jetzt kommen gleich die Kommentare. Lass mich in Ruhe, du Pädophile. Nein. Ich mag es auch nicht, wie du zockst, aber ich hab's mir trotzdem angeschaut. Damit ich voll haten kann. Oh, Pädophile. Oh, nein. Oh, ne. Ich hole auf, jo. Das ist doch nicht wahr. Oh, nicht hol dir runter. Oh, ne, was? Ich hole raus. Nee, das macht keinen Sinn, Junge. Doch, das macht eigentlich schon einen Sinn, oder? Nein, ist ein sogenanntes Wortspiel, Kevin. Bitch. Huuu. Was? Mit Zeitverzögerung? Lol. Hallo. Lol. Ich werde garantiert gekillt. Das kann ich nicht, wenn solche Kämpfer echt. Nein, ich werde garantiert gekillt. Der lebt ja noch. Der lebt ja noch. Ey, alter. Was geht denn da? Nein, lass mich in Ruhe. Also, Leute. Jetzt brauche ich meine Tomahawk-Skills. Oh, Tomahawk-Skills. Ich wünsche mir eine Kill. No. You will be awaiting inbound. You will be awaiting inbound. Das konnten wir gerade nicht sehen, ne? Aber ich... Also, Sven hat mich gekillt und währenddessen habe ich ihn mit dem Tomahawk abgeworfen, ey. Wie geil ist das? Hat man in der Ecke gesehen, mein Freund. Echt? Hm. Hat man uns noch gesehen, aber gut. Leute. Ich werde das Spiel gewinnen. Ich werde das Spiel gewinnen. Ich werde das Spiel gewinnen. Wenn man fest dran glaubt, dann stimmt das sogar. Das ist voll gelogen, damit lügst du dich nur selber an, Burak. Kevin, Achtung, hinter dir. Er will dich rapen. Er will dir Lut verschenken. Oh, ne. Oh, dann nehme ich gerne an, ja. Ja, ich komme mit. Was soll ich sitzen? Auf meinem Schoß, mhm. Was? Der muss doch fahren. Trotzdem kann er auf seinem Schoß sitzen, weil er ist ein fucking Pädophile. Junge. Und dann geht es mir nachher. Warum reden wir jede Scheiß-Part über Pädophile, Mann? Ohne Witz, das ist unnötig. Hört mal auf, Mann. Wir sind Pädophil-Fetischisten. Oh ja, wir lieben Sie. Um Gottes Willen, no. Hi. Okay, jetzt wird's... Jetzt langst rein... Äh, ach Gott, jetzt... Ja. Vergiss das einfach. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wir hören auf. Wir hören auf für immer. Oh mein Gott. Nein, es tut uns leid, aber wir finden leider keine anderen Themen mehr. Es tut uns leid. Ehrlich. Tief und herzlichen... Wir können uns Themen geben. Oh, das wäre eine ganz, ganz tolle Sache, ja. Hä? Äh, wieso schaffe ich es nie, wenn ich direkt vor eurer Fresse stehe, mit dem Tomahawk zu fraggen? Wieso? Äh, ist da jemand drin? Ne. Na, da ist einer. Jo, was ist los, Alter? Ich lecke hier durch die Gegend rum. Nein, bitte nicht lecken. Oh nö. Kevin ist abgekackt. Vielleicht eine einzige Aufnahme, wo ich mal wirklich gut bin. Und dann Lex. Du wirst verlieren. Holy shit, Leute. Kann das sein? Ohne Witz, Alter. Oh fuck you. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Das kann doch nicht sein. Nee, nur weil ich es mich umdrehe, sterbe ich, Mann. Ja, dann dreh dich nicht um, wie wär's? Ja, ich hab ihn ja gehört. Ich wollte ihm den scheiß Taum... Ähm, scheiß Wurfmesser. Ich hab ein Stereo und Sven, glaub ich, auch, oder? Ja, ich hab auch Stereo. Stereo. Na und? Man kann ziemlich gut hören. Wie Henry sagen würde. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Also, Leute. Leute, ich bin jetzt wieder Zweiter, toll. Aber ich glaub, das... Bleibt dabei. Und jetzt tut dir die Hand weh. Die ganze Zeit. Ich hab den Schmerz für den Frust eingetauscht. Junge, also, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Tomahawk wirft und dabei stirbt, ist irgendwie dieser Tomahawk... Ja, ich gewinne endlich mal ne Runde. Alter, nein, niemals, 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 niemals. Leck mich an meinen dicken Eiern. I have balls of steel. Genau, wie bei der Sniper-Runde. Warum bist du nicht gestorben? Because I have balls of steel. Nein, ich brauch schnell einen Tomahawk fucking Hawk. Burak, wir verbünden uns. Nö, das wär unfair. Nö, ach was, wir verbünden uns nicht, Alter, ich hasse dich. Das passiert immer, wenn ich gewinne. Früher, zumindest. Warum? Verbünden wir uns. Das war damals immer so. Weil du damals noch der Beste warst. Ja, echt jetzt. Ja, jetzt, jetzt sind die Guten am Stark. Nein! Kann doch nicht sein, Alter. Wreckt. 50% meiner Kills sind immer mit dem Tomahawk, weil ich nix anderes habe. Außer mit den Dingern. Alter, Leute. Also die Runde finde ich gut. LOL, mit Tomahawk. Der eiskalt verfehlt, ey. Mid-Headshot voll ins Knie. Gut. Das war's, oder? Jetzt kann ich den abspannen machen. Oh, ja, ähm, das war's. Nee, das war zu kurz. Noch weiter. Obwohl, nö, nö, ich schneide sie zusammen. Das war's mit dem... Dritten und bis zum nächsten Mal. Okay.